mann 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 servus freunde ich sehe aus ich weiß auch nicht wieso ich so aussehe jetzt hängen wir ein haar hier vor das gibt's ja nicht willkommen am sechsten tag warte mal montag war nicht das so was dienstag mittwoch donnerstag freitag sonnabend und sonntag also willkommen am sechsten tag am sonntag zum hero 0 als 12 server und der server start ist jetzt gut sechs tage alt wissen wir ja ich bin level 59 und ich möchte zusammen mit euch ein ein pet holen genau ich möchte zusammen durch den begleiter holen ich möchte euch dabei haben wo kurz antworten so läuft alles hoffentlich ja und zwar darunter zeige ich noch ein paar aufgehoben und jetzt schaue ich mir einfach mal ein paar quists aus da jetzt auch keine kämpfe mehr anstehen kann ich mich umziehen gestern habe ich auch einen fail wirklich ein fail gehabt ich habe gestern mit condi equipment einen kampf gehabt und ich denke jeder von euch kennt im moment wenn dann einer aus dem team condi equipment anhatte beim kampf ja diesen hassen diese wut die man entwickelt die hatte ich auch aber nicht auf irgendwen anders sondern auch nicht das könnt ihr mir glauben meine lieben so die mission dürfte ich schaffen so ähm ja okay eine cam hat gerade geblinkt warum auch immer dieses komische kacken geblinkt hat das ist wirklich übrigens eine kack cam aber danke an dich der sie mir gespendet hat irgendwie ist alles gespendet und gesponsert was hier ist gut die ist scheiße die mission und ich werde krank das merke ich ich habe gesagt ich mache videos und ich mache videos und auch wenn es jetzt schon spät ist ihr könnt ja gucken könnt rechnen knapp vor 22 uhr wenn ich hier drauf drücke ja faul ist er der homerunner schatz mission gehen wir in die erste zone machen die längere ich sage ich auf olinda geklickt das ist olinda hallo olinda schön dich zu sehen warum ich auch immer auf dich drauf geklickt habe gerade ich weiß es nicht um friedale annehmen es ist scheiß warm hier bitte mir steht ein heizer de fuck ey mein so 800 dp 800 dp haben wir noch eine normale quest hier vielleicht mit den tongs vielleicht auch noch bis da hier kostet ein donut mir egal so wir erreichen level 60 bekommen den begleiter rambo mit 53 kraft gefällt mir nicht in intuition bittesehr ach es gibt 31 begleiter das ist aber schön das ist aber schön zu wissen franzel ei franzel harry mimi mimi ist bei einer heldentat dabei bei welcher paul sommer event pico fußball event leute es gibt hier das sap dinger die kenne ich gar nicht hier osterevent ne ja osternisch ist übrigens auch bald so aber wir haben jetzt erstmal unseren treuen rambo der irgendwann seinen namen kriegen wird ja na gut also rambo wird irgendwann seinen namen kriegen werden weiß ich nicht wie ich ihn nennen werde könnt ihr gerne mal abstimmen über irgendwelche namen lasst euch was einfallen wenn es nur ein kommentar ist wollte ich auch oh ja pitchenasser hinweis gib ihm aber moment da ist ja heute das letzte mal ist zum drehen drehen wir jetzt einfach noch ein paar mal und bekommen nichts naja 1000 pp oh 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 wow geil wer bist du denn colambo weg mit dir rambo lambo kann man verkaufen das werde ich nicht tun nice und eine heldentat hier sowieso aber nice geil geile sache weil es so schön war drehen wir jetzt noch einmal weil es so schön war geil okay geil geile sache so das kätzchen bringt mir zwar auch kraft aber mindestens nicht so viel so und ich werde in diesem event jetzt auch ein bisschen mitmachen jetzt was die woche ist mit ep weiß ich nicht wie da aussehen wird aber mit ehre auf jeden fall ich hab jetzt die letzten tage seht ja hier 3800 hab ich nicht so wirklich wert drauf gelegt hab mich eigentlich mehr so runterschlagen lassen da können wir jetzt mal mitmachen typ mit bart geh auch solche entscheidungs freudigen menschen geil kolambo voll die niedliche katze drei trainingseinheiten zack weiter hier ist niemand gestorben kann alles weitergehen ich freu mich gerade freu mich gerade innerlich so ja stufenmäßig gibt es natürlich viel viel höhere ja super audience form nice auch einer meiner abonnenten voll geil ähm du machst das unter einem satz von vielen donuts hab ich so das gefühl aber feel free to do this ähm mehr kann ich dazu nicht sagen ne für die die es nicht verstanden haben mach weiter einfach so wie du dich fühlst mach es einfach scheue dich nicht das zu tun Deadpool so sieht aber Deadpool nicht aus ich hab Deadpool erst geguckt und zwar vorgestern ne vorgestern oder so aber so sieht ja nicht aus drei Wurfwaffen 8 plus naja Wurfwaffen rausschmeißen bin ich ja bekannt für ja wir sind ja auch da ich danke euch fürs zusehen meine Lieben und wir sehen uns beim nächsten Mimo Zero Part morgen vielleicht wieder ein bisschen früher aufgenommen und 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 Vielen Dank.